Herzlich willkommen Leute zur ersten Folge Call of Duty Modern Warfare aus der Release-Version. Wir haben heute um drei Uhr nachts angefangen zu streamen mit Bram, mit Paul, mit Dardosh und ich wollte euch ein kleines Ründchen aus dem Livestream zeigen. Wir sind zu dem Zeitpunkt immer noch live, das heißt, wenn ihr die Folge gerade seht, an dem Tag wo sie released wurde, dann könnte es sein, dass wir immer noch Livestream, sehr wahrscheinlich sogar. Schaut also gerne vorbei auf twitch.tv slash dalukat. Ansonsten genießt die kleine Runde. COD-Gameplay oder COD-Videos sollen auf jeden Fall sehr regelmäßig kommen. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, gerne ein Like da lassen. Schaut euch aber erstmal die Runde an und viel Spaß. Welchen Modus spielen wir denn gerade? Hauptquartier. Genau. What the fuck? Genau. Ja, der steht mitten, äh, ja, mitte links, der kommt in der Mitte, glaube ich. Der eine Boy. Kann Dardosh später ausstreamen. Ja, ich stream auf Instagram. Äh, Dardosh Y T. Bin gerade live. Ich würde jetzt mal sehen, wenn ihr euch followt. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Aimt der mich ab? Der Moment, ich muss kurz nachlassen. Schießen, schießen. Okay, gut. Beim Nachladen. Ja, das war Hauptquartier komplett durchgezogen. Wofür Punkte sind das? 60? 60 Punkte HQ. Komm, lass mal hier direkt 3x60 machen. Let's go, boy. Von rechts los. 2, 2. Irgendjemand ist vorbeigelaufen an dem. Ramm, unter dir. Ja, Moment, ich kriegst du wieder nachladen. Ah, jetzt haben sie mich leider. WTF, warum streamt Dardosh später auf Insta? Insta und Activision arbeiten in der Hinsicht zusammen. Du hast da die Möglichkeit, mit einer höheren Bitrate zu streamen als auf Twitch. Genau. Weil ich so relativ klein. Ja, aber superklar. Also, es sieht besser aus, als wenn wir spielen. Ja, es hat uns immer von VR. 8K. 8K, 360 Grad. Das ist wichtig. Du verstehst, das ist schon ein T. Damit das Shit am Ende heißt. Dado Shit. Dado Shit. Ah, Dado Shit. Oh shit. Ich vergesse mal, dass ich nicht respawn kann. Oh, warte mal. Wenn wir das HQ haben. Jetzt gehen wir mal zu. Oh, Idiot, Alter. Ist das einer drin? Das war da drin. Da ist nicht nur einer drin. Was hat der eine für einen Killerspot? Aber er hat es einfach nicht verteidigt. Ja, obendrauf, ne? Auf der Rehling. Das war es. Premium Karotte. War der letzte Sub. Neues Hauptquartier identifiziert. Jawohl, das HQ ist bei uns. Jo, sollte mal wieder umdrehen. Ah, fast. Hm, belastend. Feindliches, persönliches Radar online. Feinde sind hier. Remo bereit. Hauptquartier online. Wir sind beim Hauptquartier. Ich bin beim HQ hier. Ich klicke. Lass mich spawnen. Okay, nice. Eisehaler läuft gerade nicht mehr. Vielleicht mal 7-0. Ich bin down. Lol. Ich weiß nicht von wo. Oh, er war schon drin. Ach, aber wir waren schon am Verteidigen. Hab ich ja sogar nicht mitbekommen. Wir haben es fast geschafft. Kämpft weiter. Oh. So, jetzt folge ich dadurch, auch wenn ich wusste, dass wir uns nur verarschen. Ehre. Alter, Vater, da, du ey. Ich hab Drohne aktiviert. Vor mir, im Loch. Oh, Gott. In der Mitte, in dem Loch. Nee, in der kaputten Wand. Da klatschen die da weg. Mann, wer steht denn da vor mir, wie so ein Bauer? Könnte jeder sein. Ja. Wir nehmen das Hauptquartier ein. Oh, easy. Das Hauptquartier gehönt. Hier ist Falcon 3-0. Persönliches Radar aufgebraucht. Rückruf zur Basis. Oh, shit, Alter. Wieso wusste der das denn? Weil ich ein Hauptquartier gehönt. Einer kam nicht raus. Ja, du musst den Hauptquartier aufrufen. Aber das ist mein Airstrike noch. Oh, okay. Die haben es immer noch nicht zitiert, weil die hinlaufen mussten noch mal. Ja. Das war teuer. Das ist wieder bei uns jetzt. Das ist wieder unser. Das würde natürlich Sinn machen. Und? Nee. Ganz durch. Oh, Mitte. In den Toiletten drin. Oh, man kommt aber gut ins Game, finde ich. Mitte. Scheiße. Komm, schnell wiederbeleben. Oh, hey. Was soll das? Geh mal weg da. Geh mal weg. Das Hauptquartier gefällt wohl. Oh, fuck. Hier will der 2-0. Hauptquartier umkämpft. Feindliches Schied. Geißer. Wir sind auch hier. Hauptquartier umkämpft. Holy Moly. Holy Moly, ey. Oh, beide. Nein. Schön. War das 3? 4? Oh. Aber es reicht. Aber es reicht. Können sie nicht mehr ein. Nee. Starker Runde, Harry. Geil. So. Dann gehen wir jetzt mal in die Singleplayer-Kampagne. Soll ich dich dann anschreiben, Dalu? Ja. Ich denke, wenn es circa eine Stunde dauert, ich glaube, es passt genau. Ich sage einfach jetzt spontan 8 Uhr. Und. Untertitelung des ZDF, 2020